Oh Pinky, ich glaube das ist nichts mehr mit dir. Ist der Tumor zu groß jetzt, gell? So, dein Bein geht auf. Lass mal dich morgen gehen. Du warst jetzt lang genug für einen Lennart, als bester Kumpel, gell? Eine Zeit lang. Der ist ja jetzt im Rudel drin. Da kannst du gehen, gell? Pinky, du roh. Tu noch ein bisschen was fressen, bis morgen. Abend. Und dann geh mal, gell? Kannst du mit dem Wechsel zusammen gehen, gell? Chef. So, gell? Lieg ich ja bloß noch rum. Gell? Tu. Hm?